Der Autopilot im Tesla Model S kann automatisch anfahren, im Stadtverkehr selbstständig den Sicherheitsabstand und die Fahrspur einhalten und natürlich auch wieder stehen bleiben. Den Spurwechsel beherrscht der Autopilot ebenfalls. Sobald man sich daran gewöhnt hat, dieser Technik zu vertrauen, genießt man entspanntes Reisen, sowohl auf Landstraßen als auch auf Autobahnen. Vorausfahrende Fahrzeuge werden früh erkannt und die Geschwindigkeit entsprechend angepasst. Der Autopilot bleibt auf sicherer Distanz. Sobald der Fahrer die Hände ans Lenkrad nimmt und den Blinker betätigt, erfolgt der automatische Spurwechsel und das Model S beschleunigt wieder auf die gespeicherte Reisegeschwindigkeit. Bis zu 150 kmh können eingestellt werden. Wenn der Fahrer den Blinker zu früh setzt, um damit den Spurwechsel einzuleiten, wartet der Autopilot mit dem Einscheren, bis ausreichend Sicherheitsabstand zum überholten Fahrzeug besteht. Selbst bei ungünstigen Lichtverhältnissen, wie hier bei tiefstehender Sonne, erkennt das System Fahrspur und Verkehrsgeschehen. Und natürlich funktioniert das auch tief in der Nacht. Geschwindigkeitsbegrenzungen werden in vielen Fällen erkannt und mit einer 10 kmh-Toleranz eingehalten. Geschwindigkeitsbegrenzungen werden in vielen Fällen erkannt und mit einer 10 kmh-Toleranz und mit einer 10 kmh-Toleranz und mit einer 10 kmh-Toleranz mit einer 10 kmh-Toleranz Ist die Begrenzung aufgehoben, beschleunigt das Auto wieder. Sollte der Fahrer das Steuer zu lange loslassen, erscheint auf der Instrumententafel ein Hinweis. Wird das Lenkrad dann weiterhin nicht festgehalten, meldet sich der Autopilot mit mehreren Warntönen. Schließlich bremst das System bei aktiviertem Warnblinker langsam bis zum Stillstand ab. Der Fahrer muss also jederzeit wachsam sein und eingreifen. Er bleibt vollständig verantwortlich. Nur deshalb ist ein Fahren mit Autopilot hierzulande erlaubt. Denn das System befindet sich noch in der Entwicklung. Auf Straßen ohne Fahrbahnmarkierung kommt der Autopilot in der aktuellen Version kaum zurecht. Außerdem berücksichtigt er derzeit weder Ampeln noch Fußgängerüberwege oder bevorrechtigte Straßen. Tesla optimiert diese Funktionen ständig und aktualisiert und erweitert die Autopilot-Merkmale immer wieder. Wir dürfen also gespannt sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 berryenz